Liebes Internet, ich freue mich, dass es dich gibt und dass du da bist. Du ermöglichst es, dass die virtuelle Realität, zum Beispiel in Second Life, dass man dort wunderbar Literatur verbreiten kann und virtuelle Installationen, ganz neue Kunstformen entwickeln kann und verbreiten kann. Vielen Dank dafür, Liebes Internet. Weiterhin gibst du die Möglichkeit, an viele Menschen wichtige Inhalte weiter zu verbreiten und auch versteckte Impulse im zwischenmenschlichen Bereich und so weiter. Und das war es dann eigentlich vorerst mal. Also, Liebes Internet, bleib gesund, halt dich wacker, mach weiter so und alles Gute und see you. Cool. Vielen Dank.